Werden keine, die erschossen? Das waren mehrers. Offiziell war es der Ruby. Aber den haben sie dann auch umgebracht. Man weiß das nicht so genau. Und wie bitte ist das möglich, dass man mit einem Schuss so viel Lächeln in den Körper rein kriegt? Oder zwei Pistolen könnte er halten. Aber wie möchte er mit drei Pistolen schießen? Das waren mehrers.